Moin Leute, wir zocken genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich fühl mich so schäbig, Gott. Nein, ich... Also ihr wisst ja, ich hab ja jetzt letzte Folge einfach mitten im Match geendet. Das ist genau das Match, an der Stelle weiter gedreht. Als wär nichts gewesen, vielleicht ist noch Werbung da dazwischen oder so, nee, Werbung ist nicht dazwischen. Ach ja, ihr könnt, solange ich noch keine 1000 Abonnenten gehabt habe, das vergnügen mich noch ohne Werbung zu genießen, aber abonniert bitte trotzdem, danke. Und ach ja, wo ich schon, wo ich schon bei Call to Action bin, machen wir doch gleich weiter. Könnt auch gerne einen Kommi da lassen, ne? Oder das Video teilen. Und... Solltet ihr tatsächlich ein Dislike da lassen, schreibt mir bitte in die Kommisse. Ich hab es ja nur ein an den Dislike auf meinen Videos, ich hab keine Ahnung, weshalb. Das ist auch wegen einem Traktor-Video-Ultimate-Based-Defense vermutlich, weil ich da ein bisschen shitty am Start war und so. Naja. Vielleicht soll ich das Video einfach viel uploaden. Oh, 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 oh. Ja. Nice. Ja. Ja. Nice. Das ist ein solider Schuss tatsächlich. Oha. Nice, Dave. Wow, kein Problem, danke, danke. Was? Das war der mit Tornparade, ne? Keep the ball up, guys! Oh, mein Lieb noch! Ich lass den Ball noch... Och, gerade. Ich hab versucht noch... Der Nice hätte mal jetzt einen Buzzerbieter gemacht, einen richtig nicen. Nicht das Buzzerbieter generell, nein, nein, da ist der an. Aber nochmal halt den coolen Buzzerbieter. Weil das wissen ja viele, ne? Ich denke jetzt vielleicht, hä? Wie geht denn die Zeit nach 0-0 immer noch so unregelmäßig weiter? Geht so lange weiter, bis der Ball nochmal auf den Boden geht, ja, Vorlage, yay. Da, das Gefühl zu Backrider und der hat dann schön reinmachen, das war auch solide. Einer hat einen 100... Der MVP hat einfach einen 180er Ping. Gut, gut. So, ich mach nochmal... Oh, hoho, was haben wir denn hier? Wolle spielen wir in den? Den öffne ich jetzt nicht, den spare ich mir auf. EP verdienen, yay. Ich hab alle Quests. Gut, gut, dann... Genau, abgeschlossen, yay. Mach ich jetzt, das denke ich jetzt mal schnell vor, weil das macht mir echt straff. Also, was hier gerade Steck sind, ähm... Wie viel ist das denn überhaupt? Neun Euro. Ich hab jetzt hingelegt, so dass die beiden 2-Aufendstücke in der Mitte liegen. Mehr in der... also so ungefähr auf meinen beiden Handballen, so dabei auf dem Ringfinger und auf dem Zeigefinger mit Finger da. Dann direkt in der Richtung Handmitte eher nochmal so ein 2-Euro-Stück. Dann eben nochmal ein Euro-Stück. Und über diesen 2 liegen nochmal 2-Euro-Stücke. Das denke ich dir jetzt mal. Und mit den noch 100 flogen. Aber den Rest hat ich noch gespeckt. Ah, je, hier machen wir es nochmal. 1, 2, 3... 4, 5, 6, selber aufschönen wie vorher. Gezweckt. Also, ernsthaft. Solche, ähm... Münzen aufeinander stecken. Geht sau leicht. Wenn ihr jemals Probleme habt, von wegen auch ihr ist, muss ich sie wieder aufeinander schaffen und so. Ich kann das. Irgendwie denke ich da immer im Training, wenn das Spiel jetzt beginnt. Auch ein Gefühl, ich muss hier rein. Denke ich dann immer. Ich habe ja noch Zeit, dass man mal Ballenboden berührt. Weil ich das gewohnt bin. Ach ja, ich finde es echt schade, dass man bei Heatsieker und so ist, dass ich einfach Items aktivieren kann. Dass man einfach einen Spike-Sieker machen kann, ohne Plug-in. Ob. Nie, der toucht hat sich richtig. Aha. Nice gespielt. Och, ich dachte, ich kriege ihn noch. Oh, hätte ich... Hätte ich noch einen Flip gehabt. Ich wäre so schlecht drin gewesen, aber ich habe einen zweiten auch gebraucht, ne. Ja, natürlich. Ey, ich würde teilweise echt durch jetzt zwei Flips... Kann ich einen für Fast Air... Area verwenden, okay, gut, das war jetzt mies. Und den anderen einfach zum, ähm... zu flippen. Wer ist noch nice. Ich würde aber einfach nur Dauerherrlichkeiten mehr gehabt. Oh, der hat auch schon eine besondere Reifen, die von diesem Event... Ich habe ja schon die Jigsaw klingen. Wer hat jetzt meinen Vorstandsviel nicht sehr... Ich finde die echt geil, ich finde die echt neid, die sind übertrieben neid und einfach beieinandergereihte Wegen und Blätter sind. Ich finde es ganz einfach übertrieben neid und auch passen. Warte, was denn ist das Bronze, ne? Das Bronze. Das heißt, er hat zehn Matchs in Bronze gewonnen. In Bronze oder höher gewonnen, letzten Season. Oder so. Wie ist er denn? Na, ich habe einen Smurf. Ich glaube, ich habe einen Smurf. Ich glaube, ich habe einen Smurf. Ich habe einen Smurf. Ich habe einen Smurf-Mario. Smurf-Mario. Ich habe einen Smurf-Mario. wanna. Joooo! Okay, gut. Der Shot war auch nice. Also ich bin echt besser in der Shot. Warte aufgenommen. Also erhitzt nicht Shot zwar. Er hacked. Hmart? Was? Warte. Ich habe schon erwartet. und mich irgendwie tragen in der Luft kann ich auch für eine Legende ich bin also Legende kriegt man glaube ich nur wenn man den Pappel gewollt hat ich bin du bist vielleicht eine Legende aber das wird ich das Kosmos erforst in einer Welt mit Autos schafft man Menschen oh nein das war so ein ganz schäbiger das war ein ganz schäbiger Treffer auch schade ich glaube ich ein bisschen höher fliegen müssen als ob es ganz was meine Frank Schlaggeld den muslimischen doch jemand anders da vorgetatscht danach katscht habe es war nicht nur für Stoff ist da müssen nach einer Belastung Stauber ja da habe ich mir eindeutig zu weit getarnt frage ich so ich da in meiner Sicht war ich hätte eigentlich in der Sicht von Pfützen sein müssen und wer es euch fragt ja ich hab jetzt hab ich hab die Distanzen ziemlich auswendig im Kopf die die Gegner hat einen Schleck weggeschlossen alle ja und BAM weg weg he 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 Team hat das Raus äh Team hat das Raus Verbindung verloren das ist tatsächlich ein guter Grund um raus zu gehen ich hatte ein 38-Stacker-Ping am Ende ok wow Wow. Wow, was soll das für ein mieser Hit? Das liegt auch mal an QQ6, ne? Das ist einfach ein lieben 200 Bapping. Drei Füße und noch keine zwei Tore. Ja, easy pinch. So, zwei, drei Hereingaben auf einen Schlag. So, zwei, drei Hereingaben auf den Schaden. Schaden, viele Reingaben habe ich. Äh, ich hätte nicht öfter erwarten, was am Morgen auf dem Schaden. Fünf, 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 ja, ja. Wer ist da? Du hast keinen Zutritt für heute und morgen schon vergessen. Gut. Nein. Tschüss, Nacht. Meine kleine Schwester ist so ein Arschloch. Ich hab ihr. Gestern, ich hab ja heute Abend, wenn sie so troxen, schwarzen, ja? Ja, ich zocke nicht online mit ihr. Zumindest gerade habe ich früher mal einen. Und da hab ich auch nur Wunsch mit dir gezockt. Die Brawl 564 für mich fühlen sich schlecht schon wieder so anders sein. Oha, ich hab einfach viel Größer gekriegt. Oder noch wie Just. Brauchst mir gleich wieder ein Match drin. Replay. Ah, wir führen. Adika? Nicht, dass das Ganze keine Werbung ist? Ich glaube, ich soll nicht zensieren. Allein wegen Werbung. Ich war einfach da, gerade Helm, bis heute Werbung. Ach, ichd hätt ich schon mal wieder. Ichlöööer. Ichlöööer. Ah, ichlööer. Ichlööer. Oha. Ichlööer. 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 und unangemessener Spielernahme zudem ADK wenn der Werben sagt das könnte man schon als 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 das und die haben ja ein extra Meldungsteam das müsst ihr mal wissen die meisten Spiele die Meldungen machen haben extra Teams Meldungen da ist nicht irgendwie das Programmierteam auch an Meldungen enthalten also ein extra Meldungsteam ich glaube ich will denen ja weiterhin Geld geben und ADK hat sie dir auch noch einen und einen gewissen Spielernahmen ein neister Schock denn wenn wir in den Bernden werden werden denn dann werden werden denn was will ich was was ist die Mission von ADK Ich bin nicht nur noch nicht versehentlich Edeka-Sarke. Ich nenne halt einfach Edeka. Och Mensch. Was? Ist irgendwie Fremdsprache? Vermutlich irgendwie so... Kein Plan, was mir eine Sprache ist. Oha, als ob ich den noch getötet habe. Es gibt einfach so viele Bälle in der Luft, die ich treffe. Aber ich treffe halt eben ein gutes Segen, die nach vorne gehen. Danke. Ach ja, wenn ihr im Übrigen mal einen kompletten Chatverlauf am Ende vom Match sehen wollt oder so, geht bei irgendeinem Spieler aufmelden. Denn wenn der Grund kommt, geht ihr auf... Chatverlauf. Ich glaube, da müssen wir den ganzen Chat sehen. Erstes Tor für die Gegner. Hochelteam, das waren das... ...der als Legende. Oh, jetzt könntest du entweder deinem oder Gold. Ich glaube, das ist Gold. Und ich weiß halt nun mal nett. So. Haben wir einen Flip. Was? Das ist ein Problem hier in dieser Lobby. Ich habe auch... Oh, ja. Auch ich dachte, ich habe mich gelockt. Hätte ich halt noch einen Flip gehabt, ne? Flip sind echt, glaube ich, mit das Wichtigste. Anfliegen. Koste Alicos, heißt das kostenlos oder was? Kostenlos. Erika, kostenlos oder was? Sind ja auch noch... Alicos, kostas? Kost... Jaja Jaja Ari koko Ich habe nur noch das Kiefer Ich habe nur noch das Kiefer Ich habe nur noch das Kiefer Das ist echt gefühlt das perfekte Team, ne? Ja. Ja, schön, 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 schön. Gut, dann bringe ich jetzt gleich mir die beiden Folgen hoch, die ich gerade hier aufgenommen habe. So, 163 gegen Fingerthai MVP, genau, perfekt. Irgendeiner will eine Party bilden, ich will das Ganze aber nie. Der Pound hat zur Folge abgeschossen, weil das Ganze nicht quillenhaft. Kann er mal gucken, das war schon mit der Aufnahme bei.